Das McDonald's Avimora Resort Hotel Academy liegt in Avimora in Schottland. 33% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 4 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 4 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,3 von 6 Sonnen. Service. Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,6 und 6 Sonnen bewertet. Hotel Allgemein. Die Kategorie Hotel Allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.